Was, wir brauchen, guck mal, da steht getunten T20. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben ja damals auch ohne geschafft. Ich hab die noch nie gespielt. Ich kann nur GTA machen. Denn, das ist Attitude. Konzentriert und ausdauerbar sein. In einem Stück durchzufahren, dabei musst du. Also der hat da gar keinen Checkpoint drin gemacht. Nee, doch, kurz vorm Ziel ist ehens. Wirklich, bin ich glücklich, wenn ich das geschafft habe? Nimm mal T20, wa? Ja, ja. Du bist wirklich glücklich, wenn du es geschafft hast. Nice. Ich werde da sowieso. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier lange drauf spielen werden. Weil, du wirst es nicht schaffen. Ja, da sind... Ja, wie gesagt, wenn ich die in 10 Minuten nicht schaffen bin, rückwärts ein bisschen mal. Ich hab schon Stoppa gesehen. Ja, alles klar, Alter. Was das denn? Oh, ne, es war erstmal kurz Röhrefahren. Ja, ein Checkpoint. Ich gehe jetzt sehen. Ah, ja, es geht ja gleich los. Hier, hier fängt jetzt... Oh, mein Gott, hier fängt es an. Was denn? Hab die schon so extrem lange... Hupscheiß, ich hab die schon extrem lange nicht mehr gespielt. Ah, hier kommen so eine Stoppa. Ja, ja. Man muss sich generell erstmal... Man muss sich einfach nicht bevortassen und alles erstmal angucken. Und dann kann man wirklich... Moment mal, die Map kenne ich. Ja, die haben wir doch schon gespielt. Ich kenne die irgendwoher. Hier haben die alle schon gespielt mal. Man, ich seh jetzt hier nichts. Lol. Das war Lack. Oh, der war mega Lack. Wo jetzt Lack? Hier oben? Oben lang. Lol. Oh, ja, ich bin direkt hinter dir. Nee, du Wichser! Och, Lukas. Mensch, ich hätte das First Try schaffen können. Da kommst du von hinten wie so eine Muschel. Ja, ich auch. Ich hätte die auch First Try geschafft. Alter, weißt du, wie ich... Das war mein erster Versuch, Alter. Dein Ernst jetzt. Ja. Das war mein erster Versuch, Alter. Ja, meiner auch. Oh, nein! Oh, kacke, Alter, das schwere ich doch nicht. Bis da, bis dato. Oh, gooo. Mann, das war jetzt... Nein! Oh, wie weit ich war, der überschlägt sich einfach. Ja, Kalle. Wir waren auch weit. Warte mal oben lang. Du kannst auch unten lang. Nee, wo wart ihr denn? Weiß ich nicht. Ich war schon bei der weißen, fetten Wand. Ja, da waren wir auch und da hat Lukas... Nein, da bin ich wieder hängengeblieben an dem Scheißding. Bleib mir mal vor der weißen Wand hängen. Ich hab gar nicht geguckt, wie viel Kilometer die lang ist. Nee, das Kilometer kannst du mal nicht gehen. Weil die Kilometer müssen immer, wie weit die Checkpoints aneinander entfernt sind. Ach, die Stoppschilder waren so in der Scheißposition. Aber später wird das noch richtig hart. Wenn wir ins Arschloch rein mussten, dann noch Spiralen fahren. Also kommen jetzt gar keine Checkpoints mehr. Nein, komm, du musst noch ins Zielheißdrehen. Wo lang? Bei der weißen Wand. Oh Gott. Oh, oben musst du. Oh, oben. Ja, ich hab mich gesehen. Wo lang? Ja, ich hab Windschatten von dir. Was soll ich machen? Dein Ernst, jetzt? Windschatten, ich hab Windschatten! Och Mann, Alter. Mann, wir hätten Kontakt ausstellen sollen. Ja, geht nicht. Und davon, das ist scheiße. Wir haben uns direkt hintereinander. Ja, dann warte ich jetzt. Der Windschatten, der war so was für ein Scheiße. Und dann die Abbremsen. Oh, bin da irgendwo gegengefahren. Und ich bin wieder hinter hier. Ey, Lukas, ich bin dein Ernst. Alter. Ja, natürlich. Warum dreht die sich einfach? Hä? Wieso denn? Oh, meine. Oh, überdreht sich die Karre. Schade. So ein Scheiß hier, Hardcore-Ding. Na, wie weit runter kommen die denn noch? Natürlich. Ganz komisch. Aber bis jetzt muss ich sagen, damals war es extrem schwer, jetzt zu fallen. Finde ich eigentlich so. Aber wir haben die schon mal gespielt, das WC. Naja. Irgendwoher kenne ich die. Oh, scheiße. Ich bin gleich halt nicht an den Container eingebüht. Komm nicht mal mehr zur Weißen Wand. Hoch da, hoch da, hoch da, bitte. Warte, oh, ich bin mal. Och, Mensch, diese dummen Stoppschilder. Oh, scheiße. Komm nicht mal mehr zur Weißen Wand. Ja, die Weiße Wand ist aber auch hardcore, weil du dich da so leicht überdrehst. Weil das wieder andere Asphalt ist. Das Scheiß-Ding. Weil da auch so ein Sprung dazwischen ist. Das Ding, wenn der Sprung nicht. Dann kommst du und siehst du das Arschloch schon irgendwann. Und das ist das Ende, oder was? Nee, das Arschloch, der ist ein Fehler, der kannst du ganz gut ausruhen und gucken, wie du die Spirale fahren musst. Ach, kann man da stehen bleiben? Ja, da kannst du stehen bleiben, ja. War kein Checkpoint. Und dann musst du weiterfahren, dann kommt auch mal irgendwann so eine Wallride und dann bei dem letzten Wallride musst du ganz oben abspringen, weil du dann mal so einen Sprung aus der Plattform schaffen musst. Ich hab mal keinen Speed mehr gerade, ey. Weil man kann da unten lang fahren. Musst ja unten lang fahren. Doch, ich fahr immer oben lang. Nee, unten ist viel einfacher, um nachher hochzukommen. Nee, unten ist viel oben einfacher. Hoch, hoch, hoch. Ich bin beim Arschloch. Lol. Ja, super. Jan, pass auf, ich komme. Ich bin aber nicht drin gekommen ins Arschloch. Hä? Komm ich da jetzt irgendwie drin? Nee, kommst du nicht, muss ich spawnen. Ey, das ist doch nicht, das ist doch ein Scherz. Du bist nicht drin. Nicht aufsteigen, du Spast. Aber nein, gut, das ist nicht schwer. Och, nö. Ich war so weit. Ja. Aber war nicht wirklich schwer. Du Scheiße. Ich find dir da nicht mehr so schwer, das zu schaffen. Ich weiß nicht, wie schlecht wir damals waren. Ich weiß, ich bin zum Arschloch, bin ich auch damals gekommen. Ja, ja, ich weiß. Aber danach hat die Jugend keinen Bock mehr. Wir haben dann eine Stunde ausgemacht. Ja. Nach einer Stunde haben wir dann einfach nicht mehr geschafft. Du hast mal keinen Bock mehr. Eine Stunde, halt. So lange hab ich das ausgehalten damals. Ja. Wir haben damals oft Maps zusammengespielt, die über eine Stunde waren. Aber wir haben das doch nicht lange gespielt, das Ding hier. Nee, Jan, du mit mir hast nach einer halben Stunde. Ich hab mit Lukas ja noch mal einen Abend gespielt, eine Stunde lang. Ach so, ihr habt danach noch mal gespielt. Ja, ich hab keinen Bock mehr hatte. Ja, ja. Na halben Stunde hast du schon gesagt, nö. Dann hab ich Lukas immer neu gestartet. Ja, ich bin ehrlich, ich geb bei sowas schnell auf. Ach, nö, macht ja Spaß. Ich hab ja auch einen Ehrgeiz, ich will ja was schaffen, deswegen. Ja, bei mir ist das ganz anders. Irgendwann rastet ich so aus, da hab ich irgendwann keinen Bock mehr. Hey, ich lenke doch nach oben, was soll man mehr machen? Komm jetzt, Alter, jetzt muss das irgendwie funktionieren mal. Hoch da. Wenn ich durch die Muschi kommen würde. Och, diese dummen Stop-Schilder. Da bleibst du immer so eklig hängen. Komm in die Muschi manchmal nicht rein. Aber jetzt Arschloch bin ich von euch nicht rein geflogen. Ich bin auch nicht rein, ich bin irgendwie an der Seite. Da ist das Arschloch! Du musst direkt mit dich rein fahren. Nein! Hab dich doch gar nicht berührt, das war. Och, ich war an der Kimme dran, Alter. Was an der Kimme? Ja. Ich war schon, ich hab dich schon gerochen, Alter. Geil. Wirklich, ich hab dich sogar schon berührt. Das musste saftig gewesen sein. Oh Gott. Ich bin hier schliffen. Ich bin hier schliffen schon. Ja, die hab ich gesehen, Gott. Bist du hinter mir? Nee, ich hab die Muschi wieder wegfahren. Ich hab die Muschi mal wieder nicht geschafft. Ach, ich verdrehe mich jetzt wieder, war. Komm, jetzt weh mal, die Muschis. Ja, scheiße. Nein, ich bin in den Stopper reingefahren. Wie schlimm ist das hier? Komm durch da. Nein, das schaff ich doch nicht, das schaff ich nicht, das schaff ich nicht. Ich bin nicht blöd. Ich hab mir auch überdreht an der weißen Wand. Nein, jetzt dreht die Karre sich. Ich war schon am pinken Dreck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, die Stopp-Schilder wieder. Was ist das mit dem Controller? Mein Controller ist nass. Ja, aber. Meine Tastatur hoch, meine Pfoten, alles ist nass bei mir. Da ist meine Buchse. Ich gehe ja ein in mein Zimmer. Das wollte ich das nicht wissen. Nee, so schlimm ist das bei mir noch nicht. Bei mir ist das ein bisschen der Rücken, das war's aber. Ich lehne zum Glück nicht an. Was passiert hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da war viel zu wenig Schwung. Ah, da kann ich nicht schaffen. Kommt nach dem Arschloch noch viel? Ja klar, da kommt noch eine Spirale, eine Wall-Welt, alles. Alter, man muss ja mal in den Arschloch reinkommen. Ich wäre fast drin gewesen. Ich wäre auch fast drin gewesen. Aber Leute, ihr könnt in den Arschloch reinspringen, wie sonst was. Da sind ganz viele verlangsamtsdinger, ja. Ja, 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 hoch, 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 hoch. Der wird doch verlangsam. Nicht nach unten. Wieso dreht die sich nach unten, die Dreckskarre? Ey, meine Hände schrumpeln schon richtig, so nass ist das. Nein! Nein, die schwitzen gerade gar nicht so. Doch, ich bin durch. Ich bin echt durch. Nee, danach gehe ich auch mal fett duschen, Alter. Aber das schaffen wir ja easy. Easy, ich werde eh bei dir. Es ist schon 10 Minuten um. Nee, ich würde noch versuchen. Wenigstens noch bis 20 oder so. Versucht, bis ich drinne bin. Nee, bis heute Abend will ich hier nicht sitzen.